Dafür, dass ihr die Luft in meinem Restaurant mit schmutzigen Wörtern verpestet habt, werdet ihr jetzt eben diesem Restaurant einen frischen Anstrich verpassen. Und zwar von oben bis unten. Oh mein Fuß, welcher Idiot hat diesen Stein in den Winkel legt. Und jetzt tun wir mal Fuß weh, oh, oh.